Ich freue mich, meine Hunde spielen da und wir machen immer so oder so halt in der Hand. Und der Fernseher läuft auch noch gleichzeitig und das ist echt eine komische Mischung. Auf jeden Fall, ähm, ja, was ist jetzt mit dem Video? Weil, ähm, also ich würde mich sehr freuen über einen Daumen hoch, weil ich finde, dieses Video ist einfach geil geworden. Auch wegen den Orbis. Nicht nur deswegen. Ähm, ja. Ich finde einfach, dieses Video ist einfach so cool geworden. Ähm, ich gucke mal kurz die Ohren. Okay, oha. Jetzt ist es so long. Ich muss sie jetzt einfach hinstellen. So, ich muss jetzt kurz was gucken. Okay. Ähm, ich habe meine Freundin jetzt geschrieben. Also ich habe ihr das Foto geschickt und meiner Freundin dazu geschrieben, halt, dass diese Obis mega cool sind, dass sie sich die auch kaufen soll. Auf jeden Fall, ähm, beende ich jetzt das Video, was ich schon gerade eben machen wollte. Habe ich aber nicht gemacht. Äh, ja. Aber ich will enden jetzt das Video. Also bis zum nächsten Mal, Leute! Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute.